Wenn man Marie-Agnus Strack-Zimmermann trifft, dann passiert immer irgendwas. Genau, wir fahren zum Beispiel Aufzug. Dabei sagt man uns immer, wir sollen laufen. Aber irgendeiner muss ja den Aufzug nehmen. Eben, damit er auch nicht einrostet. Oh, das ist hier. Hallo? Ja, genau. Jetzt muss ich nämlich wahrscheinlich allmählich gleich zu einer namentlichen Abstimmung beziehungsweise zu Gremienwahlen rüber ins Reichstagsgebäude. Wenn die Klingel losgeht, dann bedeutet das, okay, der Abgeordnete weiß, er hat noch so und so viele Minuten Zeit. Das heißt, ich darf jetzt hier auch gar nicht so lange rumtrödeln, sondern muss jetzt rüber ins Reichstagsgebäude.